Was ist das eigentlich? Also es ist eine App von der Grundidee ähnlich wie Amboss für Medizinstudenten. Das heißt, man will in der neuen generalistischen Ausbildung haben wir ja schön auch eine Grundlage, nämlich den Rahmenlehrplan und übergeordnete Ziele und Kompetenzen, die wir natürlich beibringen wollen. Und somit kann man da auch gut eine App für entwickeln, wo halt die Unterrichtsstoffe in Artikeln in einer Mediathek verordnet sind. Das heißt, man hat eine gute Suchfunktion, dass Schüler nicht einfach googeln müssen, um ihre Performance abzuliefern, sondern vor Klausuren nachgucken können, zum Lernen nachgucken können, auf Stationen nachgucken können. Man hat ja nicht immer jemanden zum Fragen. Bis zum nächsten Mal.